Führen in Zeiten von Corona. It's Corona time. Hey, it's Corona time right now. It's Corona time. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben für einen Podcast, den Podcast für Führungskräfte und solche, die es werden sollen. Ja, ja, Corona. Jetzt springt der Kapinski auch auf diesen Zug auf und macht hier Panik. Nö, macht er nicht. Also es lässt sich ja nicht richtig vermeiden, diese Corona-Welle mitzukriegen. Ein Ergebnis dessen ist zum Beispiel, dass ich die Leaders Practices und das Bootcamp habe absagen können, dürfen, müssen. Die wird es nicht geben, weil das Live-Events sind und mir diese ganze Reiserei zu heiß ist. Zu heiß heißt, ich habe echt keine Lust, wegen einem Event in Deutschland an irgendeinem Grenzlager hängen zu bleiben und da dann ein paar Wochen auf einem Feldbett zu wohnen. Also deswegen, Leaders Practices ist abgesagt, leider, leider und das Bootcamp ist auch abgesagt, leider, leider. Und jetzt geht's zur heutigen Episode. Die mache ich nämlich für Führungskräfte, die trotz dieser ganzen Welle dennoch führen wollen. Und jetzt haben sich halt ein paar Dinge entwickelt und jetzt sind so ein paar Quarantäne-Diskussionen in der Welt und Büros werden geschlossen und so weiter und so fort. Und jetzt habe ich Fragen bekommen und zwar die Frage nach, was mache ich denn jetzt, wenn meine Firma geschlossen wird? Also wie arbeiten wir denn weiter? Was machen wir denn? Was mache ich denn als Führungskraft? Genau darum geht es in der heutigen Episode mal so ein bisschen. Was mir fehlt und das hätten Sie sich wahrscheinlich schon denken können, ist in dieser ganzen Diskussion die Sachlichkeit. Ich höre und lese halt überall entweder offene oder subversiv gestreute Panik, gerade in den Medien. Und ja, verstehe ich auch, die Medien leben von Auflage und Blut und Titten machen halt Auflage. Deswegen gibt es halt jede Menge Horror-Stories über und so weiter und so fort. Und was mich ein bisschen irritiert ist, dass diese Medizinerzunft, liebe Ärzte, da dürft ihr nochmal dringend nacharbeiten, überhaupt kein einheitliches Statistikwerk am Start haben. Ich verlinke Ihnen mal einen Artikel vom Heise Verlag in Hannover. Der setzt sich nicht mit Zahlen auseinander, also wie hoch jetzt welche Zahl ist, sondern der stellt mal Beziehungen her. Der diskutiert mal diese ganzen wilden Sterblichkeitsraten, die da denn so durchgehen. Oh, meine Güte. Und stellt fest und kommt zu einem aus meiner Sicht wirklich erschütternden Endergebnis, dass dieses Ganze, alles was die Mediziner da an Zahlen haben, das ist alles weitgehend Quatsch. Weil nicht vereinheitlicht, nicht einheitlich, nicht eindeutig. Manche Abkürzungen werden zweimal für völlig unterschiedliche Dinge benutzt. Und dann werfen halt Unwissende mit Zahlen von anderen Leuten um sich, wo sie glauben, dass die anderen Leute wüssten, wovon sie sprachen, was sie aber auch nicht sprachen, weil es halt einfach kein einheitliches Regelwerk gab. Den Teil finde ich schon ein bisschen erschütternd. Und wenn jetzt dazu eben noch kommt, dass jede Menge, naja, was sind das denn? Also Populisten oder einfach nur dumme Menschen sich vor Fernsehen und vor Twitter hinstellen und irgendwie so ihre Meinung dazu kundtun, das wird ja alles nicht besser. Also ich glaube schon oder ich kann schon sehen, dass dieses Corona halt irgendwie so eine ein bisschen entartete Grippe ist, die Menschen tötet, die älter sind als 80 und die schon eine Vorerkrankung haben, zumindest ist das, was ich so lese, wo ich so denke, ja, nun mal Ruhe, also das wird mir zu häufig in Parallele gebracht mit spanischer Grippe 1918 oder vielleicht sogar mit der Pest, würde ich jetzt auch letztens, da habe ich aber gar nicht weitergelesen, weil das ist mir zu platt. Da mag ich so ein bisschen Ruhe bewahrt haben, also dass wir die Hälfte der Menschheit jetzt an das Coronavirus verlieren, kann ich mir echt selbst mit, kann ich mir nicht vorstellen. Weil die spanische Grippe Anfang des Jahr, Anfang des letzten Jahrhunderts hat wohl offensichtlich so 2,3 bis 2,8 Prozent der gesamten Menschheit gekostet. Also jetzt, das war nicht Sterblichkeitsrate auf Infizierte, sondern das war auf die ganze Menschheit, das war schon eine ordentlich hohe Zahl. Heißt aber auch, wenn jetzt irgendwer mit so Letalitätstheorien kommt von 2,5 Prozent zu sterben, ja, 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 das ist nicht die gleiche Zahl wie eben bei der spanischen Grippe und wie gesagt, ich verlinke Ihnen in der Episode, nein, in den Shownotes, den Artikel vom Heiser Verlag, gleich eine Vorwarnung dazu. Das ist ein Artikel für Erwachsene, das ist kein Kinderartikel für Menschen, die nach 3, 4, 5 Sekunden TikTok-Clip weitersippen, weil es zu langweilig wurde. Der Artikel ist sehr lang, sehr inhaltsreich, das ist was für Menschen, die darüber nachdenken wollen. So, jetzt führen in Zeiten von Corona. Warum ist das wichtig? Weil Menschen ziemlich doof sind. Also wirklich ziemlich doof. Meine Mama ist Zielgruppe von Corona, die wohnt noch in Hannover und die meinte gestern, ich nehme das heute, schaut nur das auf, wir haben heute Montag, den 16.3. Ich habe die Episode, die für heute geplant war, verschoben. Besser streiten gibt es nächsten Montag oder übernächsten Montag, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. So, und meine Mama kommt wieder und sagt, du glaubst es nicht. Sie saß im Theater, muss wohl letzte Woche gewesen sein, weil ich glaube mittlerweile ist Theater in Hannover auch verboten. Und sie sagt, hinter ihr saß eine Dame, die die ganze Zeit geschnieft und gehustet hat. Wo ist die denn, sag mal, ist die nur bescheuert? Also meine Mama ist nur wirklich nicht von Panik befallen und die ist eine der souveränsten Leute, die ich so kenne, gerade wenn es um sowas geht. Und hinter ihr, also die lassen jemanden ins Theater, ins vollbesetzte Theater, die Grippeanzeichen hat, in der, also heute, wo ich sage, seid ihr alle nur bescheuert? So, also Menschen sind da ja nicht so unbedingt die Allerhellsten, habe ich so den Eindruck. Und das sind dann auch die Gleichen, die losgehen und glauben, sie können von Toilettenpapier über die nächsten drei Monate total Evakuierung kommen, Evakuierung, Quarantäne kommen. Naja, ihr Problem. So, jetzt geht's mal los. Wir haben also die Zeit, wo, oder wir sind jetzt in der Zeit, wo Maßnahmen beschlossen werden und Maßnahmen sich am Horizont auftürmen. So, die Grenzen sind zu groß, verreisen und so weiter geht nicht mehr. Macht auch, würde ich auch sagen, ja, ja, da hör auf zu heulen. Das ist halt so. Die Firmen fangen an zuzumachen, gerade größere Firmen, wo sie große Büros haben, fangen an zuzumachen, aus Vorsicht. Und das ist jetzt so der Punkt, um den es mir heute mal geht. Wie gehen wir denn als Führungskräfte um, wenn die Firma zugemacht wird? Also was ist das, was wir tun, also wie wir weiter arbeiten können, was wir weiter tun können? Und da bietet sich ja gleich die erste Frage an. Ich arbeite uns mal jetzt von oben nach unten so ein bisschen durch. Und zwar die erste Frage, die wir stellen können, ist, können wir Homeoffice überhaupt machen? Also haben wir eine Alternative oder müssen wir die Leute in den Urlaub schicken? Und ich mache es hier komplett binär. Urlaub schicken, also Homeoffice heißt für mich, sie arbeiten mit ihren Leuten irgendwas, wozu sie ihre Betriebsstätte nicht brauchen. Also was sie auch woanders machen können. Ich kann meinen Podcast von überall aufnehmen. Ich kann weite Teile meines Geschäftes remote machen. Also ich brauche im Prinzip eine Internetleitung und fertig. Ich muss nicht in irgendein Büro gehen. Und das gilt natürlich nicht, wenn sie, weiß ich nicht, Maschinenfertigung haben. Wenn sie Tierfutter herstellen. Wenn sie eine Schlachterei betreiben. Wenn sie, wenn sie, wenn sie, wenn sie, wenn sie. Restaurants denken sich was aus. So, in der heutigen Episode geht es im Wesentlichen darüber, wie arbeiten sie strukturiert, wie kriegen sie so ein Homeoffice ans Laufen, wenn es eben nicht geplant war. Wenn sie sagen, ihre Leute müssen in die Betriebsstätte kommen, weil sonst können wir einfach nicht produktiv sein. Bin ich raus, kann ich nichts zu sagen. Jetzt sind wir bei so Themen wie vielleicht irgendwelche branchenspezifischen Lösungen, Kurzarbeit, keine Ahnung. Weiß ich nicht. So, ein Gedanke dazu. Ich habe das jetzt ein paar Mal gelesen und von zwei Kunden auch gehört, die diskutieren darüber, die Mitarbeiter in Urlaub zu schicken. Wo ich so denke, ich weiß nicht, ob das geht, keine Ahnung, aber der Weg ist falsch. Sie schicken ihre Mitarbeiter nicht in Urlaub. Wo kommen wir denn dahin? Wo kommt das Echauffierte her? Das Echauffierte kommt daher. Dieses Corona-Ding und das Agitieren von diesen Politgenies da in Berlin und sonst wo, trifft uns alle. Trifft die Firma und trifft die Mitarbeiter. Gleichermaßen. Und ich habe ein scharfes Auge auf die Mitarbeiter. Jetzt gleich gerade, wenn es darum geht, der Kindergarten ist geschlossen. So, jetzt diskutieren Firmen, also eine Organisation, ein Teil der Veranstaltung, darüber, die Mitarbeiter in Urlaub zu schicken. Ergo, das gesamte Risiko, den Mitarbeitern in die Schule zu schieben. Dein Sommerurlaub ist mir egal, wir haben jetzt hier Corona-Urlaub. Das lehne ich aus Grundsätzlichkeiten ab, weil das den gesamten Bereich Vertrauensaufbau und das gesamte Gefühl des Wirs auf den Kopf stellt. Ich weiß schon, dass diese Finanze und diese Controller ganz schnell auf die Idee kommen und dann irgendwie bei Legal sich rückversichern, dass das jetzt vielleicht gegen keine Ahnung, ob es geht. Aber alleine diesen Diskussionsvorschlag finde ich eine Frechheit. Was viel cooler wäre, ist dieses Ding als, und das werden Sie auch heute in der Episode ein paar Mal hören, dieses Ding als Wir-Bauer zu nutzen. Also wir zusammen gegen diese harte Zeit, durch dieses Virus durch und so weiter. Spricht ja nichts dagegen zu sagen, pass mal auf, ihr Lieben. Also Frage, wer von Ihren Mitarbeitern hat Ihnen als Organisationsinhaberin oder Inhaber oder Verantwortlicher den Urlaub angeboten? Hier, hör mal Chef, ich hör jetzt, also wir haben, wenn Quarantäne kommt, dann kannst du bei mir irgendwie zehn Tage Urlaub raustun. Wer hat denn das gemacht? Echt keiner? Und Sie wundern sich nicht? Dann haben Sie wohl kein Wir-Gefühl. Wenn eine Organisation die Mitarbeiter in Urlaub schickt, dreht sie es komplett auf die falsche Seite. Viel cooler wäre der Aufschlag, zu sagen, hier, pass auf, ihr Lieben. Wir stehen das durch, wie sieht es aus? Vorschlag, jeden Tag Urlaub, den ihr freiwillig nehmt, gibt es einen von mir extra drauf. Und jetzt, wie gesagt, ich höre die Herren auf, ist mir den grauen Anzügen jetzt schon wieder aufjaulen, ist mir egal. Was wir jetzt haben, ist die Zeit, wo kreative Lösungen gefragt werden. Wo kreative Lösungen gefragt sind. Und wie gesagt, es gibt eine Zeit nach Corona. Ich habe einen Absatz am Ende der Episode, wo ich den Bereich nochmal beleuchte, worüber wir uns, was für ein Papierfeuer wir uns ja gerade wieder besichtigen oder Strohfeuer wir gerade wieder besichtigen. Es gibt eine Zeit danach. Und ich gucke jetzt so ein bisschen auf, was wir gerade haben, aber ich habe immer ein Auge darauf, was machen wir denn in einem halben Jahr mit dem Ding? Wer seine Mitarbeiter in Urlaub schickt, zeigt ganz klar, ganz klar, wer oben ist, wer kunden ist, zerstört aus meiner Sicht ganz viel Vertrauen. Und das ist eines meiner Hauptthemen hier im Podcast. Also da kann ich nur sagen, das kann ich nur ablehnen. Nicht machen. Wie gesagt, miteinander, mal gucken, was so geht, mal schauen, was so geht. Gehen, wenn es tatsächlich zu so einer Quarantäne-Situation bei Ihnen kommt oder es geht zu einer Sinnlos-Veranstaltung. Also wenn Sie ein Restaurant betreiben, keiner mehr ins Restaurant kommt, da brauchen Sie ihre Leute dann nicht zu haben. So was machen Sie mit denen? Kündigen ist blöd, geht vielleicht auch gar nicht. Jetzt sind kreative Lösungen gefragt. Arbeitszeitkonten, keine Ahnung, was auch immer. Wenn Sie eine coole Idee haben und die auch so aussieht, als ob sie funktioniert und Ihre Mitarbeiter mitmachen würden und die Zahlen stimmen und irgend so ein Bürokrat da nicht mitgeht, sei es irgendein Amt oder irgendein Betriebsrat oder irgendwas anderes, dann würde ich das klar kommunizieren. Hier, pass auf, ihr Lieben, wir haben eine Lösung und der und der will nicht. Jetzt ist nicht die Zeit für Blockierer, jetzt ist nicht die Zeit für Gesetze. Dieses Reiter nur um des Reitenswillens, sondern jetzt ist aus meiner Sicht die Zeit, wo Sie mit einem kreativen Einsatz, mit einer kreativen Lösung zum einen ganz hart ihr Geschäft retten können, zum anderen aber auch, wo Sie jetzt den Samen säen können für dieses ganze Gerede mit Wir, ist nicht nur Schwachsinn, dass sich der Boss mal ausgehört hat, ausgedacht hat, weil er ein Podcast gehört hat, sondern die meinen das ernst. Wir als Mitarbeiter sind Teil oder werden integriert in die Lösung. Und jetzt noch eine Definition vorneweg. Ich benutze das, benutze so diesen Duopol Mitarbeiter-Führungskraft. Und ich weiß, dass Sie als Führungskraft ebenfalls Mitarbeiter sind. Angestellte Führungskräfte sind Mitarbeiter. Alles, was ich jetzt sage, Mitarbeiter-Führungskraft, meine ich Sie als Führungskraft damit und meine ich Sie als Mitarbeiterin, Mitarbeiter ebenfalls mit, betone ich jetzt nicht immer wieder, das bringe ich jetzt einmal. So, Thema Homeoffice. Also zu Hause arbeiten. Wie gesagt, wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, dass ich hier jetzt soweit gesiebt und geschüttelt habe, dass es mir jetzt darum geht, Sie können außerhalb der Betriebsstätte Wert schöpfen und das ist genau der Teil, um den es jetzt geht. Und jetzt sehe ich, also was ich jetzt meine oder was jetzt kommt, nenne ich Homeoffice, das heißt Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten von zu Hause und können zumindest signifikant, signifikante Wertschätzung von zu Hause aus erreichen. Also ich weiß das auch, wenn eine Organisation jetzt quasi so überraschend von Homeoffice erschlagen wird und geschlagen wird, dann sind manche Dinge nicht vorbereitet, manche Prozesse sind nicht rund. Vielleicht gibt es einen Teil der Wertschöpfung, wo die Leute dann tatsächlich wieder in den Betrieb müssen. Darum geht es jetzt nicht, sondern es geht mir um die Teile, die von zu Hause gemacht werden können. Können. Ja, auch eine Buchhaltung können von zu Hause gemacht werden. Dann organisiert man halt, ich sprach bereits von kreativen Lösungen, davon, dass irgendein Kurier, ein Einzelkurier mit Artenschutzgerät ins Büro geht und die Papiere nach Hause liefert. Ja, jetzt geht es mir darum, also wenn die Lage denn ach so schlimm wäre, wie Sie denn alle behaupten, dann wären solche Lösungen ja durchaus machbar und durchaus hinterher auch vertretbar. So, ich sehe vier Möglichkeiten und zwar vier Möglichkeiten, die jetzt passieren können. Also die erste ist einfach, ein Mitarbeiter kann Homeoffice und macht das jetzt schon. Naja, ab dafür, dann machen. Dann haben wir überhaupt keine Diskussion. Wenn Sie jetzt schon so aufgestellt sind, dass das Gros Ihres Teams eh von remote arbeitet, dann kann das sein, dass nicht allzu viel Neues mehr in dieser Episode auf Sie wartet. Das ist der einfache Fall. Jetzt gehen wir, ich habe noch zwei weitere, nee, drei weitere und zwar, der zweite Fall ist, der Mitarbeiter könnte Homeoffice, hat das aber noch nie gemacht. Ja, also der Mitarbeiter könnte Homeoffice und ihre Arbeit gibt es auch her, Mitarbeiter hat das noch nie gemacht. So, jetzt, jetzt, ihr lieben HR, Learning and Development und IT-Leute, jetzt kann eure, und ich setze mich da mal mit ins Boot, unsere Stunde schlagen. Denn, Mitarbeiter könnte Homeoffice machen, die Arbeit gibt es her, aber der Mitarbeiter hat keine Ahnung. Was braucht der Mitarbeiter jetzt? Orientierung. Was können Sie jetzt machen? Version A, Sie machen gar nichts und überlassen es jeder einzelnen Führungskraft in Ihrer Organisation, nach bestem Wissen und Gewissen, naja, irgendwie den Mitarbeitern zu erklären, wie das geht, oder Sie setzen sich zusammen und bieten ein zentrales, so geht Homeoffice-Programm an. Und ich spreche hier nicht von viel Aufwand, sondern ich spreche von gut gemachter Dokumentation, von Videocalls, von Zoom-Calls, die Sie organisieren zentral, wo die Leute anrufen können, dass Sie Ihre Hotline auf Video umbauen, was auch immer, all diese Sachen, Kreativität ist jetzt könig, wie kriegen Sie es als Abteilung, als Stabsabteilung hin, Ihren Laden so schnell wie möglich Homeoffice zu enablen? Ich weiß schon, das war jetzt wieder in Deutsch-Denglisch, da brauche ich keine Feedbacks für, ich habe es gerade selber gehört. Ja, aus meiner Sicht, HR, Learning & Development und Schrägstrich oder IT und also, das sind so die Bereiche, die ich jetzt so sehe, die das tun können. Für uns ITler habe ich gleich am Ende noch einen. Die sind mir viel zu oft viel zu unsichtbar. Liebe HRs, es hilft nicht, wenn das Einzige, was ihr könnt, ist, den Stahlschrank mit Krankenakten zu verwalten. Dafür brauche ich euch nicht mehr in Zukunft. Werdet kreativ, nutzt das jetzt als Chance. Gute Politiker haben schon immer die Krise für eine Chance genutzt. Sie erinnern sich, und jetzt wahrscheinlich vielen von Ihnen fällt Onkel Schröder mit seinen Gummistiefeln auf dem Deich ein. Und nein, ich war, bevor er angefangen hat, Schröder-Fan, das hat sich dann aber in seiner Kanzlerschaft in kürzester Zeit in Luft aufgelöst, sehe ich heute überhaupt nicht mehr. Hier in Ungarn stellen sich die Populisten hin, hier dieser König Orban, und wettert gegen den Rest der EU, die nichts machen, wo ich dann so denke, ja, könnte man so sehen. Jetzt ist die Zeit, wo Sie richtig Ergebnis schaffen können, wo Sie richtig den Unterschied schaffen können. Also, liebes HR, aufwachen. Wenn Sie sagen, Sie sind HR und Sie wollen das gerne machen, aber Sie können das nicht, dann nehmen Sie sich den Driver's Seat, den berühmt-berüchtigten, und holen sich die Leute ran, die das können. Denn, so, Mitarbeiter könnten Homeoffice machen, haben es aber noch nie gemacht, Punkt 2. Punkt 3, Mitarbeiter kann Homeoffice machen, oder könnte Homeoffice machen, das ist jetzt so eine Erweiterung von Punkt 1 und 2, und jetzt kommt, hey, it's Corona-Time right now. Aber die Kita und die Schule ist zu, die Kids sitzen zu Hause. Bisher ist ja das Setup so, dass die Eltern ins Büro fahren über irgendeine Zeit, und in der Zeit wissen sie, dass der Nachwuchs versorgt ist. Und jetzt hat es sich mit Nachwuchs versorgt, sondern jetzt sind die Kids zu Hause. Das heißt, die Leute haben ganz anderes, die müssen erstmal ihren Alltag neu sortieren und neu organisieren. So, und da will ich jetzt gar nicht dieses Chaos und bla bla, und wir werden alle Sterben reinnehmen, sondern einfach, das sind ganz praktische Dinge, was mache ich denn mit denen? Wie kriege ich denn das sortiert? So, ich könnte Homeoffice, jetzt ist aber an der Nase lang, geht die Tür auf, weil irgendwer reinkommt und irgendwas will. So, und darauf brauchen Sie eine Antwort. Und ich denke, die Firma, Ihre Firma, die ganze Organisation, darf auf Sohnsverdruck eine einheitliche Antwort finden. Vielleicht sogar eine kreative Antwort. In den Urlaub zwingen kann ich mir nicht vorstellen. Also hier ist die Mitarbeiterin und die sagt, ich würde ja gerne das und das Projekt fertig machen, und ich würde das auch gerne zu Hause machen, aber irgendwie, ich kriege es zwischen, wir machen mal so eine ganz alte Firma, ich kriege es zwischen 9 to 5 schlicht nicht gestemmt, weil es ist einfach zu viel Randale bei mir im Haus, kriege ich den Kopf nicht frei. Die jetzt zwangsweise in Urlaub zu schicken, finde ich problematisch. Wenn der Papa jetzt sagt, hier, pass auf, unter dem Tag, also sobald Tageslicht da ist, ist bei mir hier Randale, da brauchst du überhaupt nicht mit mir zu sprechen, aber ich kann ab 8. Ich schicke die Kids früher ins Bett, je nach Alter, was auch immer. Ach nee, ich kann die auch nicht mal mehr ins Kino rausspornen, sondern sehen Sie mal, das geht schon los. Selbst hier im Beispiel komme ich an die Grenzen. Ich kann ab 8, ich kann ab 20, 100, kann ich nochmal 4 Stunden dranhängen, kein Problem. Können wir irgendwie eine Halbtagslösung machen, und dann mache ich dir das Projekt noch fertig. Kreativität, wie gesagt, Arbeitszeitkunden, was auch immer. Also, wenn der Mitarbeiter Homeoffice kann, jetzt aber ungeplant mit irgendwas in der Familie zusätzlich noch belastet ist, dann macht es Sinn, dass die Firma dann eine eindertliche Antwort drauf findet, und zwar für die ganze Firma. Das darf aus meiner Sicht nicht abteilungsunterschiedlich sein. Und jetzt wieder, jetzt stellt sich heraus, die Eltern haben das Problem, die Kids sind zu Hause. Die haben das Problem. Wenn ich ein Problem habe und mir jemand hilft, ist der jemand erstmal mein Freund. Das Letzte, was ich jetzt brauche, ist, dass mir die Firma auch noch irgendwie blöd kommt. Sie verstehen, worauf ich hinaus will. Es ist immer dasselbe. Ich habe immer einen Blick auf, was macht das mit uns als Organisation? Wir Mitarbeiter, Sie, Ihr Chef, Ihre Leute, die ganze Organisation. Der vierte Punkt ist, was machen Sie, wenn Ihre Organisation überhaupt kein Homeoffice anbietet? Also, Sie könnten das, was Sie schaffen, einen Wert schöpfen, würde das hergeben, zumindest für Bereiche, aber Sie haben es schlicht noch nicht aufgebaut. Ja, Pech gehabt, mega. Jetzt kriegen Sie die Quittung dafür, dass Sie es in 2020 immer noch wagen, so einen Produktivitätsbeschleuniger nicht zu nutzen. Da habe ich auch kein Mitleid mit. Liebe IT-Leiter-Kollegen, wenn du das bisher nicht gepusht hast, eine Remote-Work-Funktion, und ich hoffe mal, dass du, wenn du jetzt zuhörst, sagst, nee, nee, da sind wir schon lange dran vorbei. Für den ein oder zwei IT-Leiter-Kollegen, die jetzt hier sagen, nee, das haben wir noch gar nicht, ich habe mir noch gar nicht dran gedacht, sorry, ich würde dich rausschmeißen, da habe ich keine zwei Meinungen zu. Jetzt ist deine Zeit. Wenn du den Bedarf bisher schon gesehen hast, nur deine Oberen das irgendwie nicht gesehen haben, dann ist jetzt deine Zeit. Jetzt sind wir wieder dabei, in der Krise kriegen die Leute die Appreciation, die sie verdienen. Wenn also diese Situation ist, dass der IT-Leiter sagt, hier, guck mal, das, 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 die könnten auch von zu Hause arbeiten. Die Technik haben wir im Haus, also die Technik ist ja seit 20 Jahren fertig, wir könnten so und so machen. Ich brauche nur noch x Geld und von oben kommt, das haben wir noch nie gemacht, das brauchen wir nicht. So, jetzt ist die Zeit, um an x Geld ranzukommen. Hol sofort deine Infrastruktur, Leute, zusammen. Was ist das, was wir, heute ist Montag, was ist das, was wir Dienstagabend ans Business anbieten können? Jetzt schnell machen. Ich sage nicht, jetzt kopflos Geld raus aus dem Fenster werfen. Ich sage, jetzt ist die Zeit zur Planung. Jetzt ist auch die Zeit, wo wir mal Planungen machen können, die vielleicht teurer ist als alles, was wir uns vorher ausgedacht haben. Ja, weil es kann Ihnen absolut passieren, dass Dienstagmittag Ihr Chef, 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 Chef in der Tür steht und sagt, ja, wir müssen sofort Homeoffice. Und Sie dann sagen, klar, kein Problem, wir sind schon dran. Übrigens, das ist der Vorschlag von vor zwei Jahren. Sie erinnern sich dran, wo Sie gesagt haben, hau ab, da haben wir keine Kohle für. Keine Hele mit da rein, ja, keine Hele mit da rein. Jetzt ist nicht die Zeit für Grabenkriege, jetzt ist die Zeit für Lösungen. Aber gehen Sie mal davon aus, dass der Chef, 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 der damals Nein gesagt hat, das jetzt weiß. Also, wenn Ihre Organisation keinen Homeoffice anbietet, das ist jetzt echt dringend, also dann wird es höchste Zeit. Entweder, dass die Organisation vom Markt verschwindet oder dass sie, dass sie jetzt dringend, 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 dringend was tun. Corona-Besonderheiten. Coronas Besonderheiten. Und zwar, gehen wir jetzt mal davon aus, dass ihre Leute ab morgen völlig ungewohnt von zu Hause arbeiten und sie die Truppe weiterführen wollen. Die Besonderheit ist, dass das jetzt nichts ist, wo wir lange vor Planungszeit hatten, wo Hinz und Kunz irgendwie Diskussionen mitmachen konnte und der Betriebsrat noch eine Meinung dazu hat und die Kontrollleute, die das GVO quälen konnten und wir alles kompliziert machten, solange bis gar nichts mehr passiert ist. Nein. Ab morgen ist Quarantäne und keiner darf mehr raus. So what? Das ist eine Besonderheit von Corona. Das heißt, wie arbeiten wir denn jetzt? Wie machen wir es denn jetzt in Zackig? Viele werden davon überrascht sein und die machen vielleicht Homeoffice jetzt das erste Mal. So, wie machen die es? Menschen reagieren sehr oft sehr seltsam. Ich hatte das mehrfach jetzt hier schon gebracht und dieses Beispiel mit dieser völlig unverantwortlichen Dame im Theater hinter meiner Mama. Das geht gar nicht. Menschen lesen die Nachrichten und ich hatte auch schon meine, also meine These ist, dass die Panik schüren, weil sich Panik besser verkaufen lässt. Na klar. Jetzt haben Leute Angst. Die Menschen brauchen ein Ventil dazu. Das Ventil hätten sie im Büro, in der Kaffeeküche sowieso. Sie wissen besser als ich, wie viel Zeit bei Ihnen völlig unproduktiv in der Kaffeeküche verraucht wird für gar nichts. Für bla 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 bla, gerne diese Mecker-Zirkel. Wenn Sie jetzt, Ihr Büro ist noch offen und Sie gucken jetzt mal rein, dann schauen Sie mal, wer sich über was diskutiert. Genau das meine ich. Das braucht Raum. Das haben Sie nicht erwartet. Das braucht Raum. Die Diskussionen über das, was da gerade neu ist, was die Menschen bewegt, braucht Raum. Im sozialen Raum braucht das ein Diskussionsraum. Und der soziale Raum schränkt sich ja nicht ein, nur weil die Leute jetzt zu Hause sitzen und mit Ihnen per Video kommunizieren. Wir gehen in die Hauttuch gleich rein. Erlauben Sie dem Raum. Sie können sich nicht hinstellen und sagen, pass auf, wir haben eine völlig neue Situation. Alle arbeiten total überrascht von zu Hause. Die Hälfte von euch haben das noch nie gemacht und wir reden nicht drüber. Geht nicht. Bei der Hälfte von der Hälfte quäken die Kids im Hintergrund und wir reden auch da nicht drüber. Nein, das geht nicht. Sie dürfen, jetzt ist die Balance das Wichtige, Sie dürfen dem ein Grundmaß an Kommunikation geben, also ein Grundmaß in Kommunikation einräumen. Es bieten sich die Teammeetings dazu an, sodass die, dass ihre Mitarbeiter, ihre Themen, die sie haben, gerne auch mal artikulieren und ausventilieren können. Die Balance ist, dass sie das aber wieder einfangen dürfen. Ich kenne so viele, ich bin oft als Trainer ein Unternehmen und soll dann mal meine Meinung zum Zustand der IT-Organisation bieten. Und dann sitze ich, dann gehe ich so drei Tage mit und sitze ich, dann höre ich irgendwie in allen Meetings immer die gleichen Themen. Also die Meetings heißen immer anders. Das eine ist ein Projektmeeting, das andere ist ein Teammeeting, das dritte ist ein Statusmeeting für irgendwas und es sind immer die gleichen Themen, die diskutiert werden und zwar alles Themen, die nichts mit der Überschrift vom Meeting zu tun hätten. In diesem Falle denn, oh, wo kriegst du jetzt noch Klubabwehr her, um meinem polemischen Beispiel zu bleiben. Ihre Aufgabe ist es, den Platz einzuräumen, dann aber wieder zu limitieren und zu sagen, so pass auf ihr Lieben, jetzt haben wir eine halbe Stunde, Viertelstunde, was auch immer, drüber gesprochen. Jetzt tun wir den Punkt in die Schublade. Sie als Vorgesetzte dürfen gerne ein bisschen positives Denken an den Tag legen. Wenn Sie da rumpaniken und glauben, das ist jetzt das Ende von allem und Sie verabschieden sich schon von Ihren Leuten, weil Sie irgendwie mal einen blöden Film aus dem Mittelalter gesehen haben und wissen, dass in drei Jahren, in drei Jahren, in drei Tagen die Hälfte Ihrer Leute alle tot sind, weil sie alle an schwarzen Pocken gestorben sind, ja, dann würde ich Ihnen empfehlen, dringend in Urlaub zu gehen und vielleicht sogar noch woanders hinzugehen. Wir als Vorgesetzte dürfen so ein bisschen souverän positiv daran gehen. Die Frage ist, wovon gehen Sie aus? Bisher, wenn Sie davon ausgehen, dass es die neue schwarze Pest, naja, schlechter Multiplikator. Ich denke, Führungskräfte dürfen souverän bleiben, ruhig bleiben, gerne aufs positive Point. Mitarbeitern ist es, dass die potenziell zu Hause viel Stress haben, weil die Kids völlig ungeplant zu Hause sind, vielleicht der Partner irgendwie total durchdreht, weil das irgendwie so ein Angstmäuschen ist. Der Mitarbeiter braucht vielleicht auch mal ein bisschen Balance, das gilt für Männer.